...weinenden Fremdling aus der Ecke des Raums, den metallisch schimmernden Sucher der Wahrheit. Seh meinen Erold, der den Menschen immer bekannt sein wird als der galaktische Silver Surfer. Ich habe ihn geschaffen, ich Galactus, der Planetenvernichter. Und damit du dich im Raum bewegen kannst, Silver Surfer, schaffe ich Galactus dir ein unzerstörbares, fliegendes Brett, das dich durch den unendlichen Kosmos tragen und den kalifornischen Küstensport revolutionieren wird. Sei auf der Hut, mein Sohn, denn viele Gefahren lauern auf dich, wie zum Beispiel die paarungswilligen Sirenen der hinteren Milchstraße. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.